Ich bin hier mit Carsten. Du hast den Weg zu Nia gefunden. So sieht es aus. Und es ist ja bekannt, dass in so Tanztechnik oft wenig Männer sind. Wie fühlst du dich als in dieser Gruppe einziger Mann oder was ist es bei Nia, was dich so anspricht? Nia ist die Verbindung von vielen Dingen, die ich auf einer langen Reise schon erfahren konnte. Ob Yoga, Qigong, selbst Fußball, anders tanzen, nachts in Diskotheken tanzen, das bringt es zusammen. Wow, okay. Und als Mann mit nur Frauen, einerseits schön, andererseits auch manchmal Herausforderung. Aber wir wachsen ja dann, wenn wir Herausforderungen bekommen. Okay, du spürst eine Verbindung zur Energiearbeit, aber auch Sport. Es ist im Wesentlichen, dass von innen daraus agieren. Und das ist so kraftvoll. Es gibt bei den ganzen Zentren, die ganzen Energiezentren, zusammenzubringen und was zu rücken. Und dabei sich so zu bewegen und sich hinterher immer besser zu fühlen. Das ist ja unglaublich. Und ich wach morgens rauf, abends tue ich die Füße weg. Und morgens wach ich rauf und jetzt so. Und das war hell. Okay, also ich nehme das wahr hier, wenn ich neben dir stehe. Und ich bin ja ein Fan von dieses, jeder Körper kann mehr machen. Ob jeder es mögen, weiß ich nicht. Aber dieses Erlebnis, das kann eigentlich nichts ersetzen. Ich spüre es an meinem eigenen Körper. Und dann weiß ich, es hat etwas ganz Besonderes. Dankeschön, dass du es aushält mit mir und den ganzen Frauen. Dankeschön.